Die Minnesota Vikings haben die Kicker-Baustelle schnell und prominent geschlossen. Nach der Entlassung von Daniel Carlson am Montag verpflichteten die Vikes den Bailey. Carlson, den Minnesota erst im diesjährigen Draft in der fünften Runde geholt hatte, musste nach drei Fehlschüssen beim Remy gegen die Green Bay Packers am Sonntag gehen. Mit Bailey kommt jetzt einer der erfahrensten und besten Kicker der letzten Jahre. Insgesamt sieben Jahre spielte Bailey für die Dallas Cowboys, dabei verwandelte er 186 Field Goals und vergab nur zwei seiner 278 Extra-Punkte. Der 30-Jährige hatte sich mit einer Leistenverletzung herumgeplagt, schien aber nach dem Training-Camp wieder fit zu sein, umso überraschender war seine Entlassung in Dallas. Bailey ist mit einer Field Goal-Trefferquote von 88,2 Prozent der zweitgenaueste Kicker in der NFL-Geschichte, hinter Baltimores Justin Tucker. Sollte er an sein gewohntes Niveau anknüpfen können, haben die Vikings womöglich endlich eine Baustelle geschlossen, die sie schon seit Jahren quält. Werbung Werbung Der 30-Jährige hat sich mit einer Leistenverletzung, die sie schon seit Jahren quält.